Die Geflügelpest ist auch in der Gemeinde Dötlingen im Landkreis Oldenburg angekommen. Am ersten Weihnachtstag wurden die etwa 10.000 Tiere aus drei direkt nebeneinanderliegenden Stallanlagen von einer Spezialfirma mit Gas getötet. Abgeriegelt ist die Stallanlage an der Ladestraße zwischen Nährstedt und Sprettdorf von einem Sicherheitsdienst und Polizei. Auch der Bürgermeister der Gemeinde Dötlingen, Ralf Spille, machte sich am Vormittag ein Bild vor Ort. Untertitelung des ZDF, 2020